Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Heute zum Frühstück mache ich mir schnell ein Kokosmilch zu einem Glas Snub. Wenn ihr macht etwas mehr, könnt ihr es in die Flasche reinmachen und in die Kühlschrank stellen, aber nicht länger als 2-3 Tage halten, weil das ist Naturprodukt. Und schaut ihr, wie toll sieht der aus. Und das kann man, ob das bei Kochen verwenden oder so trinken oder sogar zu Müsli dazugeben. Probieren wir mal. Mhh, Köstli, richtig schöner Kokosgeschmack, keine künstlichen Zusätze, einfach perfekt. Ich würde euch mal raten, mal selber ausprobieren. Es geht wirklich einfach und schnell und kostet uns sehr sehr wenig Geld. Wenn ihr morgen braucht ein Kokosmilch, dann abends stellt man ihn zum Einweichen. Ich nehme 50 Gramm Kokosraspeln, gebe in so eine Schale und gebe dazu richtig kochen heißes Wasser, ungefähr so 200 Milliliter. Gebe zu den Kokosflöcken, gut umrühren und lasse stehen über Nacht hier auf dem Tisch. Am nächsten Morgen nehmen wir unsere Schüssel und geben wir das in einen Behälter von dem Mixer. Und werden wir richtig cremig porieren. Das dauert zwischen 1 und 2 Minuten, wie stark eurer Mixer ist. Am besten mit diesem Kreuzmesser das machen. Schauen wir mal kurz nach. Ja, das sind hier noch ziemlich grobe Stücke. Machen wir es weiter. So, ungefähr jetzt ist es eineinhalb Minuten und das wird schon ausreichen. Ihr seht schon richtig schön fein, breit. Und jetzt könnt ihr nur diese Mehne ausdrücken lassen und dann probieren und dazu Wasser vielleicht noch dazu ein bisschen geben, es kommt nach Geschmack. Oder das nehmt ihr nur das, was ihr abgesiebt habt. Ich gebe meistens noch hier etwas Wasser. Wirklich nicht viel, vielleicht so 50 Milliliter mehr nicht. Schuttele das und gebe dann auf den Sieb. Ich nehme meistens Mülltuch. Weil es jetzt schneller und bequemer ist. Jetzt kann man noch ein bisschen Wasser dazugeben und abspülen. Und dann drückt man einfach aus. So weit wie es geht. So und wir haben genau so 250 Milliliter jetzt Getränk, weil ich 50 Milliliter noch Wasser dazugegeben habe. Und unsere Flocken werden so gepresst und die muss man auch nicht wegschmeißen. Die kann man in den Teig beim Backen reinmachen. Oder wenn ihr selbstgemachte Müsli macht, könnt ihr auch dazu mischen. Bei mir geht es jetzt auch heute in die Müsli rein. Es kann man sogar so in die Müsli reinmachen. Aber wenn ich die ausbacke mit meiner Mischung, schmeckt es mir viel, viel besser. Und dann könnt ihr es anwenden, ob bei kochen oder einfach so trinken. Schaut, eine schöne, köstliche Kokosmilch. Und wird das heute viel billiger, als ihr das kauft. So liebe Freunde, sind wir wieder mal fertig. Haben wir uns schnell zum Frühstück ein leckeres Kokosmilch gemacht. Und ich würde mich sehr freuen über eure Kommentare. über Daumen hoch. Vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.